Was ist das? Nein, Hilfe! Hilfe! Was hat er mit mir gemacht? Zwei hab ich. Pharao, du ***. Oh, da können einige mit kommen. 46 Leute. Dein Brasser. Ja, da ist ein anderes Team mit raus. Habe ich schnell runter, Waffen finden und wegknall. Ja. Ihr könnt mich dabei alle, ihr kriegt mich so schnell nicht. Jetzt werden die Waffen machen. Ey, ist hart. Oh mein Gott. Ja, ist klar. Wir gehen hier auf einmal rup hier. Loser. Ja, Mann. Digger, komm, ehrlich. Nein, Gott. Aktivität. Aktivität abgeliebt. Dort kämpft es um den Wiedereinstieg. Mann. Fucking Pharao, was willst du? Nein, die haben mich erwischt. KI oder? Nein, so ein Typ. Hilfe. Der liegt da, rutscht weg. Der hat dich erwischt? Nein, der war es nicht, aber der ist auch noch hier. Aber der hat sich selber beworben. Das kann sein, dass ich gegen den gleich antritt. Hat er schon ein paar Schädel angebracht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist noch einer gewesen in dem Raum da. Ja. Kommt noch mehr. Welchen Schädel haben wir denn jetzt? Ich habe drei. Ich habe doch auch schon ein paar, glaube ich. Kann ich das sehen? Vier habe ich. Komm. Ab in diesen V-Raum. War das hier? Ich glaube schon. Ja. Bin wir da. Ey, das... Das ist Mario. Ja. Überlebt doch, ne? Kann ich rein. Der kann sich auch hinrichten, ne? Der soll mich nicht hinrichten. Der soll sterben. Daniel, bist du's? Oh fuck. Ich bin ja auch mehr. Ja, ja. Mann. Mann. Stirb. Stirb, Daniel. Hab sie geschafft. Der lebt doch noch. Der rett doch hier rum. Was ist das? Nein, Hilfe. Hilfe. Was hat er mit mir gemacht? Der alt-gingerisch. In Nagel. Der ist tot. Der ist tot. Jetzt wirst du die Aufgabe geschafft haben. Ja, jetzt. Also, wenn nicht, wirst du mich auch echt wohnen. Guck auf. Benachstigung. Lieb mich. Nein. Paus. Dankeschön. Wie der Zug aussieht, in der Folge. Aber ich glaube, dieses Feuer und Schwefel nähern sich als einfach nur, dass der Zug kommt. Nicht, dass die Aufgabe wiederkommt. Nein. Die ist nicht da. Warum nicht? Das ist ja jetzt die Aufgabe, die nicht wiederkommt. Wie, der V kommt nochmal wieder, oder was? Ja, zum Beispiel. Der ist vorhin tatsächlich wiedergekommen. Okay, sonst vier. Ey, da landen da welche auf dem Zug, ne? Ja. Oh. Also weiter vorne. Vorne. Habe ich den Fall schon gesehen. Gut, dann bin ich mal ein bisschen zurück. Okay, der ist da in dem Gebäude drin. Er wusste genau Bescheid, der Jünger. Äthlina. Schön, wir fahren mit dem Zug. Nicht die Zone rein, sondern fahren an der Zone vorbei. So, wir rausspringen, komm. Würde ich sagen. So, vor dem nächsten Gas sind. Jetzt. Pass auf. Wohin Schwarz. Draußen der Links. Ja, chillt bei Blüten. So, äh, das Portal genommen. Boah. Wollen wir in die Baustelle rein? Baustellen? Ganze Leben auf Baustelle verbracht. Ich wollte es vorschlagen, weil das ist so ein bisschen ganz oben. Ja, das ist so das große flache Baustellengebäude gehen, oder? Welche ist denn? Okay, Mann. Ich hoffe, ich habe es gesehen. Ja, da. Ich habe das Gute. Der Schneid. Die Schneid. Ja. Ich habe einen genockt hier. Das ist jetzt gleich hinter dir direkt. Noch ein Loch. Auf dem Turm, auf dem Vorderen, ist ein Sniper. Ich habe da einen Prezi aber draufgehauen. Der ist genockt. Na, dann lauft mal. Da ist gerade jemand. Oh, ne, ich habe ihn erwischt. Schönes Ding. Von links auch. Team ausgelöscht. Hier ist noch Basilisk, weil du haben willst. Oh, warte mal. Scheiße, wohin jetzt? Gute Frage. Da müssen wir in die Zone eigentlich reinpacken. Warte mal. Ich habe noch eine verfluchte Kiste. Die haue ich eben mal raus. Und ich habe nämlich auch keine Platten mehr. Ich weiß was. Ich habe meinen Holo-Ease nicht mitgenommen. Ich habe auf dieses Vordach-Ding, habe ich einen Prezi-Gaun. Achso, das ist aber nur ein KI. Das ist aber ein Spieler. Ja, da. Er liegt. Hilfe! Der Froschmann. Der Bastard. Ich habe vier Teams nur Leute. Wir sind in einer sehr guten Position. Naja, wir müssen da rüber, Jungs. Das ist nicht so geil. Wir müssen rechts über die Insel laufen. Ich habe keinen Holo. Ich habe keinen Holo, Alter. Ihr seht den Scheiß. Ich gucke rüber. Vorsicht mal, die sind welche. Ich brauche nicht mehr los. Alter, wir sind... Ich habe einen Knock. Ich habe einen Knock. Ja, der hat einen wiederbelebt auch noch. Das schafft ihr, Jungs. Drei gegen drei. Die, die, da sind zwei gerade beieinander. Die sind beim Sumpfwesen. Hängt ab aus und recht vor euch. Zwei habe ich. Scheiße. Okay, wir sehen. Okay, okay. Der Cure Frick. Kommt, den holt ihr euch. Nur einer, nur einer. Der ist hinter der Mauer. Der läuft Richtung Shop. Rechts von euch. Rechts. Du hast dich selbst gesehen. Komm, Henkel, du hast du, komm. Ja. Schönes Ding, Jungs. Nice. Tschüss. 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 Tschüss.